Ich habe eine Freundin, tut mir leid, die Damen. Du hast gar keine Reaktion diesmal. Na gut. Meine Freundin und ich, wir sind seit drei Jahren zusammen. Sie hat mich nie ohne Bart gesehen und ich sie auch nicht. Aber sie ist schon geil. Sie hat Brüste wie Eisberge. Neunzehntel liegen unter der Oberfläche. Sie ist flechbrustig. Das passt mir perfekt, denn ich bin laktosentolerant. Sie hat ein Arschgeweih. Es ist keine Tativierung, etwas stimmt nicht mit ihrer Wirbelsäule. Ganz egelig eigentlich. Aber es ist das Innere, was zählt und ich brauchte eine neue Niere. Beim Kennenlernen hat sie mich gefragt, ob ich Kinder habe. Ich sagte ihr, ich könnte ihr welche besorgen. Wie alt soll die denn sein? Da habe ich gefragt. Ich sagte, nein, nein, hast du Kinder? Ich sagte, ach, natürlich hasse ich Kinder. Wer nicht? Sie sagte, du hasst sie nicht alle, oder? Ich sagte, doch, doch, ich hasse sie alle. Sie sagte, ich glaube, du bist schizophren. Ich sagte, wem sagst du das? Ich sagte ihr, okay, rein theoretisch, wenn wir ein Kind haben würden, wie würdest du es nennen? Sie sagte, ein Fehler. Und jetzt haben wir einen Sohn. Er ist nicht von mir. Er ist auch nicht von ihr. Wir wissen nicht, wem er gehört. Meine Freundin hat ihn im Park gefunden. Er ist ein ganz, ganz lieber Junge. Naja, ich sage Junge, er war schon 30, als wir ihn kennengelernt haben. Allerdings haben wir kein Kinderbett zu Hause, so ich schlafe zur Seite auf dem Sofa, während er bei Mutti schläft. Ich glaube, meine Freundin geht fremd. Ich weiß nur nicht, mit wem. Wir waren letztens einkaufen im Supermarkt und ein Kessierer hat sie gefragt, ob sie Treuepunkte sammelt. Und sie hat ihn ausgelacht. Ich habe sie gefragt, warum sie beim Küssen die Augen nicht mehr zumacht. Sie meinte, weil sie sich mittlerweile mein Aussehen gewöhnt hat. So, Leute, das war's mit mir. Vielen herzlichen Dank.